Wenn das Wasser jetzt wieder steigt, dann werde ich sauer. Warum ist da jetzt eine Mücke? Die war gerade eben noch dichter! Miau und Hallöchen, ihr Lieben! Willkommen zurück bei den Drunky Monkeys. Ich bin die Kitty und ich spiele heute weiter mit euch Ori and the Will of the Whisp. Ja, beim letzten Mal haben wir ja den komischen Typen hier getroffen. Und haben geguckt, was wir hier so verbessern können und so weiter und so fort. Also bei dem können wir alles mögliche verbessern und kaufen. Wir haben aber inzwischen leider nicht mehr... Oh. Nicht mehr genug, wollte ich gerade sagen. Ich würde sagen... Oh, der Stein, der kommt mir schon so skeptisch vor hier. Das war so klar. Das war einfach so. Oh, toll. Wasser in das ich... Ey. Es geht schon wieder so panlos hier. So, okay. Lass uns mal gucken. Oh, verdammt. Okay. Wir haben eine Brücke. Wir dürfen. Oh, ey. Das sind Münder. Loll. Das ist Gesicht. Da kann ich wahrscheinlich nicht gegen schießen. Das ist nicht blau, das ist lila. Ah, das klappen kann. Ihr seht das, ne? Das ist, als ob mich das Ding angucken würde hier. Das ist ja schon irgendwie gruselig. Hey, die Witzker. Dann, rückwärmein. Danke. Streck mir deinen Zucker raus. Oh, die Moki. Hallo. Du bist ein Geist, ja? Ich habe deinen Schatten gesehen. Nein, es ist wahr. Es gibt einen Ort, wo die Geisterschatten laufen und spielen. Einmal habe ich versucht, mit ihnen um die Wette zu laufen. Aber ich bin nicht so schnell. Neues Gerücht. Ein Moki hat erzählt, solche Podeste enttönen die Geiste der Vergangenheit. Ja, aber da komme ich ja noch nicht hin. Das ist ja noch dunkel. Ist das. Ziel, die Ge... Wallall! Warum bin ich jetzt runtergefallen? Alter, Digga. Ist das dein Ernst? Ich kann schwören, das Ding guckt mich an. Ich habe doch nichts gedrückt hier. Das ist cool mit den Pfeilen. Dann ist das schon... Und jetzt... Und jetzt... Geht das Wasser runter? Das finde ich sehr gut. Ich kann schwören, das Ding guckt mich an. Ich weiß, das ist nicht möglich, aber ich kann schwören, das Ding guckt mich an. Warum werde ich jetzt hier direkt da unten? Ich will hier oben erst mal gucken. Für mich irgendwas. Hundertprozentig ist da irgendwas. Ist da was? Ach toll, da komme ich nicht hin. Was ist das? Das ist ein Geisterportal. Natürlich komme ich da nicht hin. Warum ist da ein Fragment der Lebenszelle? Naaah, die zieht runter. Oh, meinst du. Jetzt gehen wir nochmal gucken, wo die... Wo das... Hahaha. Moment mal. Ah, na. Okay, das ist wieder so eine Wand, die ich nicht mehr rücken kann. Ist wahrscheinlich da oben. Hier. Achso, ups. Das ist da, wo der Mocki steht. Der Mocki. Moment, ich muss jetzt ruhig gucken. Da steht der Mocki, da ist das Ding. Gehen wir mal kurz mal. Ich stehe zurück. Einfach jetzt mal aus Jux und Dollerei, wenn ich hier hochfahre. Das habe ich mir nicht gedacht. Okay, dankeschön. Ja, scheiße, zu langsam. Nein! Das war wirklich zu langsam. Wo bin ich jetzt? Ah, hier. Merci, Monsieur. Jetzt. Nein, du musst doch... Achso, Moment, warum mache ich das eigentlich? Warum laufe ich nicht einfach? Also echt. Du hast ein Fragment einer Lebenszelle gefunden. Müsst du das jedes Mal vorlesen? Warum zeigt er mir das jedes Mal an? Ist denn jetzt hier noch irgendwas? Ne, wahrscheinlich nicht. Hier kann ich sowieso nicht weiter. Da ist ein paar Dinge. Und hier ist der komische Öppnis. Okay. Wow! Jetzt habe ich gar nicht mehr daran gedacht, Leute. Okay. Suppi dupi. Guck mal, ob ich das schaffen kann. Ja! Geronimo! Nein, schaffe ich natürlich nicht. Warte, dann geht's. Ja, ist klar! Achso, da ist so ein Ding. Und jetzt? Ernsthaft? Jetzt ist er dran. Hahaha, ihr Arschkinder. Ich kann doch nicht ins Wasser rein. Ziehst du dich auch irgendwann wieder ein? Warte. Weil vielleicht, eventuell, könnte ich dann da auf dieses komische Ding in das springen. Ey, das zieht mir nur Leben ab, Alter. Wäre ich wahrscheinlich besser bedient gewesen, wenn ich das Ding gar nicht angemacht hätte. Das war's. Das geht nicht. Okay, versuchen wir es mal so. Oha. Ja. Das funktioniert eindeutig. Juhu! Checkpots. Okay. Hallo. Guten Tag. Ich bin die Kitty. Ich würde gerne hier durch, so. mal voll krass verschärft gucken hier. Hallo. Was ist das? Oh, nee. Komm doch mal her. Sehr schön. So, warum ist hier so ein Ding? Ah. Ja, natürlich. Klar. Macht Sinn. Total. Wie soll ich das innerhalb von zwei Sekunden schaffen, du? Auto. Herbert. Grönemeyer. Oder so. So. Oh, das ist sehr freundlich. Direkt da vor hier so. Wo kommst du dann hier so? Oh. Auch sehr freundlich. Dankeschön. Oh, das ist sehr freundlich. So. So. Daumen ist auch so ein Ding. Da kriege ich einen Stein. Ich fühl mal den da in den Raum. Jetzt gehst du zu. Sehr gut. Jetzt schiebst du den da runter. Mal gucken, ob ich den gleich brauche. Ich glaube, ich kann den hier drauf stellen. Oder so. Hallo? 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 Nach unten? Lass mich hier raus. Was ist das denn? Kann man die wieder deaktivieren? Nein. Toll. Wie komm ich denn jetzt hier wieder weg? Hallo? Ich komme nicht weg. Ich komme nicht weg. Ist das scheiße? Aha. Ich war zu weit oben. Jetzt ist mir nicht aufgefallen, dass wenn ich zu weit oben bin und der sich nur noch minimalistisch festhält, quasi, dass es dann logisch ist, ja, das ist klar. Jetzt kann ich den da rüberschieben. Aber kann ich die Dinger denn deaktivieren? Was soll das? Was soll das Ding dazu da machen? Warte mal. Probier das mal. Aha! Du auch. Selbstfreundlich. Dankeschön. Von da rein. Ja, aber jetzt kriege ich den ja nicht drauf. Kriege ich den. Ha. Hm. Hm. Ich werde den da draufkriegen. Kriege ich den irgendwie hochgeschleudert? Ja, aber das, 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 das ist ja... Jetzt kommen wir in die Kackgräze hier. Ja, okay, wenn wir uns hier draufstellen. Dann geht das da hoch. Okay. Und wenn ich hier her... Nee, das kannst du vorher ganz vergessen. Das Ding stand da oben. Aber... Da hoch komme ich sowieso nicht. Durch das Brett kann ich nicht schießen. Deswegen fällt das da runter. Ich müsste quasi rechtzeitig... Ich hätte den hier auffangen müssen wahrscheinlich. Okay, ich muss sterben. Noll! Ich will sterben, Junge. Danke. Das dauert aber Ewigkeit. Ich glaube, ich will mich eher drängen. Obwohl, schon drüber. So, wenn ich jetzt Glück habe, steht der Stein wieder da oben. Gell? Yeses. Sehr schön. So, dann machen wir dieses. Ach ja. Was soll das denn? Nein, du kannst dich gerade mal... Ich muss mich warten. Ich Glück habe, fällt der hier unten runter, dass ich den hier greifen kann. Aber ich... ab doch! Ja! Das ist unfair. Gibt es nicht hier auch so einen komischen Types? Wenn ich den aktiviere, dann kann ich den nicht nochmal abschießen. Und ich komme auch nicht da hoch. Also, wie soll ich den verdammten Kackstein denn von hier nach da hochkriegen? Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Ich komme ja selbst nicht mehr da durch. Und das Ding macht auch nicht viel. Also, wenn der jetzt hier steht, ist es vorbei. Ich kann den hier nicht hochwerfen. Sehr schön. Machen wir beim nächsten Mal direkt. Ja. 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 Ich könnte... Ich könnte... Ne. Da unten kann ich noch nicht lang. Und da bin ich nicht hochgekommen. Aber vielleicht kann ich mich von da unten irgendwie da hinfallen lassen. Also... Muss ich gleich mal gucken. Der fällt erst so spät runter. Und das ist wahrscheinlich, dass das so kacke ist. Aber vielleicht schaffe ich es ja. Wenn ich den aktiviere. Ja. Ne. Okay. Alles klar. Ich gehe erst mal hin. Na, warte. Puh! Das war knapp, ey. Das ist echt so eine Scheiße hier. Jetzt komme ich ja nicht mal mehr zurück. Fällt mir gerade auf. Ja, das war's. Ich komme nicht mehr... Ey, jetzt hänge ich hier fest, Alter! Ich kann kosten. Ich hatte... Ich... Ey, ich komme von einer 10-Stunden-Schicht, ja? Und jetzt muss ich hier so eine Kacke machen! Alter Schwede! Boah, du kannst mich direkt mal am... Doch, Alter, das ist doch echt nicht mehr ganz winzig hier. Das ist doch... Ist doch echt nicht ganz koscher hier unten, Alter! Ist doch echt nicht ganz koscher hier unten, Alter! ...weil die Kacke! Und jetzt muss ich hier in der Hand irgendwas aktivieren. Nein. Nein! Hat ja Sack. Okay. Also irgendwie muss es möglich sein, diesen verkackten Stein hier hoch zu kriegen. Irgendwie. Ich werde es rausfinden. Aber ich weiß noch nicht, wie. Aber dafür bin ich zu langsam. Da komme ich auch so nicht durch. Das ist doch echt... Das ist doch echt nicht... Ey, das ist doch echt nicht mehr ganz... Moment, wo ist das Ding? Irgendwo unten im Wasser. Alles klar. Okay, ich probiere das jetzt. Aber das kann ja nicht... Ich... Ja! Wie soll das gehen, Alter? Wenn die Stange vielleicht nicht hier wäre, ja, okay, aber... Wir bleiben einfach mal zwei Sekunden drauf stehen. Ja, das ist... Kannst du vergessen. Ich muss irgendwie den Stein da hinkriegen. Fertig ist die Sache, Alter. Erst mal... Ja! So, jetzt holt der sich den Stein. Und dann fällt der ungefähr hier hin. Ja, 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 ja. Nein, 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 nein! Alter, so knapp! Es war so knapp einfach! Nur leckt mich hier mit der Stein, da bist du eigentlich nicht. Das kann mir doch keiner verraten. Warum ist das denn so scheiße? Das Spiel hasst mich. Es ist einfach so. Man muss es einfach sagen. Es ist einfach so. Ach, ist das schön. So, wo ist die Kackmücke? Komm her! Oh, bist du noch tot. Ach, da bist du. Sorry, sorry, sorry. So... Dann auf ein neues. Wir wissen ja jetzt ungefähr, wie es funktioniert. Stellen wir uns jetzt hier hin. Richtig. Hier, ne? Wir sagen, Stein. Jetzt komm, Baby, komm! Nein, 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 nein! Ich hab doch diesen Kacktaste gedrückt, Alter! Boah, das ist doch nicht wichtig. Ich leg mich doch am Arsch, Alter. Es geht gleich auf. Dann mach ich das Spiel aus. Ich beende das für die nächsten 50 Jahre. Das war die Mücke. Wo ist die Mücke? Oh, lol, 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 lol! Das war auch cool. Okay, also mit den Fallen kann ich auch die Mücke abschießen. Alter, jetzt hänge ich hier eine ganze Folge in dieser Kacke hier. Das ist doch echt nicht mehr normal. So, my friends. Gib mir den verkackten Stein hier runter. Ja, 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 ja! Zieh, 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 zieh! Nein, 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 nein! Da willst du mich eigentlich verkack-eiern? Wie soll ich den scheiß Stein da hochkriegen? Hm, ich hab ne Idee. So, warum bin ich nicht früher da drauf gekommen? Macht irgendwas Sinn. Warum bin ich nicht früher da drauf gekommen, Leute, Alter? Ja, ja, du, ja. So, jetzt muss ich... Na, okay, das Timing hat nicht gerade gestimmt, aber wir müssen probieren. Ungefähr hier. Warum ist mir das nicht früher eingefallen? Und ich versuche die ganze Zeit, die Kacke da so zu verschießen. Das ist doch echt... So. Dann ziehen wir den jetzt wieder hier hoch. Ungefähr auf die Wehe. Aha! Ja! Wie gesagt, ich komme von der 10-Stunden-Schicht. So, und jetzt kommt die nächste Kacke. Ach, guck mal, ne Mücke. Was ist denn ne Mücke, ne? Ich weiß ja nicht mal. Holy shit, Alter, ich hasse dich. So, was machst du? Nein, nein. LOL! Wieso? Sei lieb zu mir, komm her. Alter, willst du mich verarschen? Und jetzt? Okay, alles klar. Das ist meine neue Energie. Dann komme ich hier runter. Wow! Okay. Jetzt geht das Wasser runter. Ich hätte jetzt schon gelacht, wenn das Wasser jetzt wieder raufgehen würde, Alter. Okay, aber darunter gehe ich jetzt noch nicht, weil wenn überall das Wasser niedrig ist, kann ich mir das nicht nachholen. Ah! Oder auch nicht. Ja! Oh, ne. Oh, ne. Ah, ich bin nicht weit genug weg, ja. Sehr schön! Ups. Ups. Ah, ja. Okay, da komme ich nicht dran. Aber wie komme ich da dran? Ah, die hassen mich hier. Ja, ganz toll. Hat er nicht gespürt. Ja, ganz toll. Ja, ganz toll. Ja. 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 Okay, wir gehen erst in diese Richtung. Vielleicht schaffe ich es ja. Juh. So, damit haben wir schon mal wieder 200. Und jetzt quasi jetzt die nächste Sache. Da oben. Nach da oben! Oh Gott. Und jetzt? Oh nein, ich muss wahrscheinlich erst links rum, damit ich da die Tür aufmache oder so. Ach, ist das schön. Ich hasse dieses Spiel. Nein, Spaß beiseite. Also ich mag das Spiel echt gerne, aber manchmal ärgert mich das einfach nicht. Alter, wo schießt du denn hin? Wenn das Wasser jetzt wieder steigt, dann werde ich sauer. Warum ist da jetzt eine Mücke? Die war gerade eben noch dichter. So, verarscht ist das hier. Die wollen, dass man stirbt. Aha. Wo ist das? Natterly, es explodiert. Sterbe ich an der Mücke. Ich wollte schon sagen. Nein. Nein. Jedes Mal aufs Neue. So. Oh no. Ich habe hier echt keinen Bock. Ich habe hier echt keinen Bock. Das ist noch so ein Vieh. Wo kommen die denn jetzt alle her? Nur weil das Wasser verschwunden ist, oder was? Nein, klar. Es gibt Punkte, aber... Was war das? Warum hat der jetzt Bebimmel gemacht? Weil ich das Ding eingesammelt habe, oder wie? Und jetzt kann ich hier runter, ne? Okay, dann mach mir mal deinen Weg. Ah. Oh, 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 oh. Ah. Ah, oh, 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 oh. Ha, 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 ha. Ja. Zack, kann man nämlich eine Energietzelle verfolgen. Ich dir. So muss das... Ah, nee. Ich glaub, das wird jetzt noch nichts. Sehr schön. So muss das. Komm schon, Alter. Ich bin noch nicht mal gelandet hier. Komm her. Komm, komm zur Mama. Ja. Komm schon. Oh, das hat für uns beide wehgetan. Leute, ist das ein Piranha? Ach, damit komme ich dann wieder da hoch. Links oder rechts rum? Das ist hier die Frage. Ich glaube, links rum ist der einen Weg. Rechts rum ist der zwei. Obwohl. Beide über Wasser. Ich glaube, wir gehen trotzdem erst links rum. Okay, alles klar. Wir gehen erst rechts rum. Leute, was ist jetzt los? Was war das? Warum habe ich so gar keiner hergekriegt? Okay. Also ist so ein blaues Ding. Die Möglichkeit, einen Pfeil zu schießen und da so... Nee. Okay. Loll! WTF, Alter! Ja, 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 ist klar. Stirbt. Stirbt alle einfach. Geht einfach mir alle aus. Geht einfach mir zu weg. Was, Zelle? Ja, sehr schön. Töntet euch gegenseitig. So muss das. Ja, sehr gut. Ach, schön. So, können wir uns jetzt in Ruhe einfach irgendwo hinstellen? Oh, heilige Mutter, ey. Dann ist er irgendwie mal, ey. Dann ist er eigentlich mal. Ich spiele das Spiel nicht wieder nach Arbeit. Oh mein Gott, das ist halt das Schwede. Okay. Ich glaube nicht, dass ich da hochkomme. Irgendwie glaube ich das gerade nicht. Nee, komme hier nicht. Du siehst komisch aus. Ich kann keine Falte schießen, wenn ich hänge. Okay. So. Ja, ja, komm erst mal her. Hehehehe. Oh, lol, 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 lol. Oh, lol, 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 lol. Oh, lol, 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 lol. Was sagt mir, dass jetzt... Ja, gut, es gespeichert wird, alles klar. Der Tunnel der Finsternis hier. Okay, da ist so ein Ding. Aber da komme ich so überwärts. Ich habe... Tschau. Da kann ich zum Tor. Jetzt muss ich mal auf die Karte gucken. Okay, das geht. Hehehe. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich das jetzt gemacht habe, aber ich habe ihn besiegt. Oh, nee, nicht so ein Springding. Oh, nee. Hier ist schon wieder so ein Ding. Hier ist schon wieder so ein Ding. Oh, nee. Ich weiß nicht, ob ich das brauche, aber du gibst mir auch einen Sack. So. 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 Ich will dich hier nicht. Ich mag dich nicht. Ich mag dich nicht. Was ist das? Drücke X, um das Podest zu aktivieren. So. Sollen wir das machen? Was ist das für ein Podest? Ende Geisterprüfung. Ende Geisterprüfung. Ah. Ende der Geisterprüfung. Wo hat die Geisterprüfung denn angefangen? Wie krieg ich das Ding denn los, ey? Okay, ist es weg. Okay, ist es weg. Okay, ist es weg. Oh leih. Leih, leih. Ist das schon mal ein guter Kamera? Yeah! Wuhu! Und das hat jetzt was gebracht? Nix. Auch gut. Ach doch, da ist doch ein Ding aufgegangen. Was macht das Ding? Das Ding auf. Okay. Das Ding macht das Ding auf. Oder auch anders gesagt, das Bums gehört zum Dings, ne? Ja. So. Jetzt muss ich wahrscheinlich das Podest aktivieren. Ich hab keine Ahnung warum. Ich weiß auch nicht genau, was mir das bringen soll. Wenn ich das jetzt aktiviere. Aber ich würd sagen, wir aktivieren dieses Podest in der nächsten Folge. Da wir jetzt genug Kacki hatten. Die Rätsel des Oris oder sowas. Das war echt der Hammer, ey. Wie wieder nach der Arbeit. Ich hoffe aber trotzdem, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst es mich wissen. Am liebsten mit nem Daumen nach oben, nem Kommentar. Und natürlich nem Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Eure Kitty. Starting.